So meine Damen und Herren, willkommen mit dir hier zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftsumland 2019. Was anderes ist man hier auf meinem Kanal langsam nicht mal gewohnt. Ich möchte hier gerne mal eine Firma weiter aufmachen. Ja, okay, Firma. Aber wir müssen hier erstmal weiter verdichten. Ich würde jetzt gehen so ziehen. Wohl eigentlich diese Scheiße, die müsste von hinten drüber fahren. Leermachen jetzt mal. Jetzt hoch mit der Scheiße hier. Ist das das Höchste? Ich hänge fest. Eieieieieiei. Wollen wir mal rückwärts drauf fahren? Können wir mal probieren, wenn wir von hinten nach vorne schieben. So. Schieben wir mal alles nach vorne. Schild zu klappen. So, es ist wahre drin. Wahre entlang. Äh. Äh. Hm. Komm, 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 komm. Sauben. Äh, dann müssen wir eben mal doch den hier kurz mal wegfahren. X. Dann fahren wir den eben mal kurz nach hinten. Na komm, Baby. Hey, fest. Das muss jetzt klappen. Hm. Gucken wir mal. Mal lackt mich doch dafür. So. Mal gucken, das müsste wahrscheinlich schon reichen. V senken. Und jetzt. Uiuiuiui. Sieht doch schon gut aus. Vielleicht zu wenig Kraft. Ich würde sagen, das sieht doch relativ gut aus. hier oh nomad okay ich habe was drauf wo ich zu geklappt habe so den resten mal noch mal einschieben also schild ist vielleicht doch nicht ganz so nice wie ich dachte vor nach unten die singen aber dener von dem ich überhaupt kein fan bin das höchste so x ist also mal einmal drüber zu fahren und das flichten nur die sort okay viel verdichtet ist jetzt nicht ich habe auch schon ein bisschen was rausgeschoben ich finde das scheiße jetzt kotzt mich an vielleicht kommen wir jetzt auch schon gut und doch jetzt schon die silage zu machen bringt ja auch ein bisschen geld dann wie gesagt ich würde sagen immer wenn ich das durch noch rein schmeißen wenn wir es dann noch was lassen ich würde mir eigentlich auch schon überlegungen machen wie ich das jetzt plan wegen 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 dings und den können wir wieder richtig hin formen da steht erstmal wieder richtig oh der hat einen vollen tank ganz vergessen scheiße da muss man den hier schon wegfahren na komm baby du scheiß das also mir würde eigentlich die idee mit dem mit dem großen anhänger gefallen und das man dann mit dem förderband drauf schmeißen rein theoretisch kann man es an der gleichen stelle machen und einfach das ziel 2 dafür benutzen das sollte da einfach rein fahren die idee ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht also müssen wir Geld verdienen und das wird noch ein kleines mühe dauern leider so oder wir verkaufen den Pferd wir verkaufen den Pferd und haben ein neues Fels Problem bloß an der Sache ist ja wir sehen auch die Felder sind jetzt hier sehr gekrümmt schaffen das uns die jetzigen Maschinen das ist natürlich eine andere große Frage und die Felder möchte ich unbedingt verkaufen weil sie noch zu wenig Geld bringen Fragen über Fragen die man ihm was beantworten kann ei wenn sie über sie beantworten kann ich muss nur mal eine ganze Wohnung so machen und ich sitze vor dem WC dann fahren wir wieder hier runter dann fahren wir wieder lang dann fahren wir wieder hoch dann haben wir irgendwas wieder den nächsten Part fertig und haben wir irgendwie nicht gemacht und nichts geleistet hatte eigentlich haben wir ja doch schon was gemacht wir haben viel Planung gemacht wir müssen noch mal durchsetzen vielleicht verbrauche ich doch die 2 beliegsten Pferde da müsste ich bei 40.000 sein da können wir uns jedenfalls schon ein neues Feld leisten und das war's vielleicht verkaufen wir dann auch unseren alten Drescher und können uns auch einen neuen leisten ne zwar nicht die Kredite müssen wir eigentlich auch mal abzahlen ich kann natürlich auch einen Tag vorspulen das heißt dass ich in der Zeit noch abwasch mache oder Mäuse miste oder sonst irgendwas machen kann eigentlich habe ich vieles zu tun aber ich wüsste nicht was ich anfangen soll ich glaube ich tue erstmal die Mäuse miste damit die fertig sind das dauert auch so eine halbe Ewigkeit beziehungsweise meinen Lichtpanel muss ich noch einbauen äh ein einpacken muss ich auch noch CDs habe ich aussortiert das muss ich auch noch weiter machen also es ist noch eine Menge die ich machen muss und das wollen wir nach hinten das war bestimmt meine Freude die mir zu schreibt dass sie die Gessen bis Mitternacht gezockt hat und ich vor Mitternacht eingeschlafen habe hab ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt was auch richtig leck mir am Arsch ja das habe ich jetzt laut gesagt leck mir am Arsch so ähm ich weiß echt nicht ob ich laut genug bin das ist die Traurigkeit mal ne dum 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 bum 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 oh Lucy oh Lucy oh gut Leute ähm hm dann würde ich mal sagen wenn ich den Handy aber wir gucken mal was man in nächster Zeit noch neben mache noch bin ich mir ganz unzu sicher Kommudим und bis zum nächsten Mal sagt er Maltssatz tschötscha Bis zum nächsten Mal.